Yo Leute, was geht ab und ein herzliches Hello und Welcome aus der Türkei hier zu unserer Hotlab vom Istanbul Park. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr euch eingeschaltet habt und falls ihr neu seid und ja, gern auf Gaming steht und natürlich auch auf Reactions. Abonniert diesen Channel, gern lasst gern ein Däumchen da oben da, schaut auch gern auf Instagram und TikTok vorbei, Links sind alle unten in der Beschreibung, da könnt ihr uns auch gern folgen, falls ihr da auch auf und ein Stop steht. Aber heute wird es ziemlich cool. Wir haben die Hotlab, also ich habe die Hotlab nämlich hier im Istanbul Park in Assetto Corsa gefahren. Ziemlich cool, aber zuerst kommen so die Stats von der Strecke. 2005 gab es das Debüt mit vielen Auf und Ups, also eigentlich Rebuild dominant hier. 5,3 Kilometer oder 5.338 Meter, 58 Kurven, 6, äh 58 Runden, 14 Kurven, 6 rechts rechts, 8 links, Distanz sind 309. Die meisten wins hatten Masse und der letzte Winner hier mit 3 und der letzte Winner hier war Sebastian Vettel. Ähm, soviel zur Strecke und ja, hier haben wir noch mal so eine kleine Bilanz von 2011, so eine kleine Auflistung. Die werden auch heute wieder 58 Runden fahren und ja, Max Magischwindigkeit wird nicht mehr ganz 308 kmh sein und das hier ist noch mal der Istanbul Park von oben. Ja, das sind so ein bisschen die Hardcore Kurven von früher. Ähm, Top Speed 315, würde ich heute ehrlich gesagt noch weniger sagen, weil es ist wieder Regen und das ist sehr, sehr Spaß. Hier haben wir noch mal die DS-Zonen von F1.com und es gibt zwei DS-Zonen. Einmal nach Kurve Nummer 10 und einmal natürlich auf Startenziel. Bei mir hier im Game gibt sie leider nur nach Kurve 10, also nach Kurve 9, nach Kurve 10, sorry. Und ja, wie findet ihr das Overlay? Ich finde es ziemlich cool. Wir werden das Ganze in Bahrain auch noch mal fahren, auf der ovalen Strecke. Jetzt geht's los. Ich hab das DS2 eingeblendet, aber nein, sorry, hier haben wir noch mal kurz die Verschnaufpause, Leute. Es ist mega cool, Leute. Und später kommt noch eine Reaction und auch die erste MyTeam in der zweiten Season, also das erste MyTeam-Rennen in der zweiten Season. Hier links da oben haben wir die kleine Map. Es ging in der erste Kurve und die war gestern schon ziemlich rutschig, ganz, ganz nass und wir werden auch nachher noch ein kurzes über das Rennen einreden. Und ich hab auch vorhin schon den Vorbericht gelesen, also da könnt ihr auch gern noch vorbei schauen. Eine langgezogene Rechtskurve, die kannst du Vollgas fahren, überhaupt mit den heutigen Formelern zu fahren. Ja, natürlich, ich rede jetzt natürlich in trockenen Bedingungen, kann man die Vollgas fahren und dann geht's hier rauf in Kurve Nummer 3 und 4 und 5 und 6. Also ich hab die alle in 1 genommen, 3, 4. Jetzt seht ihr euch, ich rutsche ein bisschen herum das Auto. Ich fahre hier mit Charles Leclerc, aber das Auto ist natürlich sehr, sehr schwierig zum Handeln und Kurve Nummer 6 und ja, zack, hier, das ist eine coole Mod. Ich werd sie nicht unten einblenden oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gefunden hab. Ich hab da wirklich einen Tag lang nur gegoogelt und rechts überhaupt dieses coole Overlay, find ich ziemlich cool. Da gibt's auch so viele, die kopierst du rein und dann sind sie schon im Game. So, dann geht's auf die Geraden hier zu, dann geht's in Kurve Nummer 7. Das ist auch eine coole, interessante Kurve, da musst du innen bleiben und früh aufs Gas kannst du da richtig pressuren, weil die Kurve ein bisschen nach außen hängt. Du kannst so früh aufs Gas gehen, da rutschst du nicht weg, gar nichts. So, und jetzt kommt so eine interessante Kurve. Ich dachte mir, das sind safe 5 Kurven, aber nein, das ist nur eine. 1 wär das von mir, das wär schon die zweite, die dritte, aber das wär das Kurve Nummer 8 gerechnet. Das ist, find ich, so eine Mut-Kurve, weil die bin ich fast mit Vollgas gefahren. Ich seh's auch oben rechts, also rechts unter der Zahl, die bin ich so gut wie mit Vollgas gefahren und das macht halt schon mega Spaß. Ja, da merkst du dazu, weit rauszukommen, aber trotzdem, das ist eine coole Kurve. Ich dachte zuerst, das sind keine Kurven, aber das sind Kurve 9 und 10, eigentlich eine coole Kurvenkomplex. Ähnlich wie in Spanien, da gibt's ja auch so eine ähnliche Kurve. Und jetzt gehen in die zweite, der ist so eine zack, der ist. Und Kurve Nummer 11, die fährst du alles Vollgas. Ab Kurve 10 fährst du hier Vollgas durch bis hier dann, bis in den letzten Kurvenkomplex, würde ich mal sagen, geht's in Kurve Nummer 12. Die ist auch mega spaßig, innen bleiben, aber da war's hier gestern ziemlich rutschig im Qualifying. Da hat jeder herumgerutscht und ganz, ganz langsam hier durchgerollt und geduckert, aber trotzdem hier Vollgas rausbeschleunigen, Kurve 4, 5, 6 und das war schon eine Runde hier im Istanbul Park. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum gestrigen Qualifying. Das wurde nämlich ziemlich interessant, ziemlich, ähm, ja, will ich sagen, undurchsichtig, aber ziemlich spannend. Und zum Schluss war der, 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 der strahlende Sieger, Landstro, mit der ersten Pole seiner Karriere, Max Verstappen dahinter und auch Pérez, die pinken richtig stark, Elbon dann auch 4, richtig stark, ähm, Ricardo Hamilton und Bottas ein bisschen, ja, schlecht, würde ich mal sagen. Äh, Ocon, Räikkönen, dann Räikkönen und Giovinazzi beide in die Top 10 gelandet. Ähm, ja, auch Vettel hat mal Leclerc geschlagen, der hat da seine Runde gestrichen bekommen und Hamilton, heute kann Hamilton auch Weltmeister werden. Das wird natürlich auch so ein bisschen eine interessante Frage. Morgen wird es dazu noch mal ein spezielles, also kein spezielles, aber ein Race Review Video geben, das kommt morgen um 12 Uhr circa online. Schaut da gerne vorbei. Und ja, wir werden uns jetzt noch mal kurz ansehen, wie, was, wann, äh, wenn, also theoretisch muss Hamilton nur vor Bottas ins Ziel kommen, um das Ganze leicht zu erklären, aber erster, zweiter, dritter, kann ich mir nicht vorstellen, das wird, ich denke mir mal, wenn er sechster wird, ähm, also wenn Bottas sechster wird, mit der schnellste Rennrunde, ähm, dann muss Hamilton neunter werden, ähm, nur neunter werden, also, das wird, also wenn er, so, er startet ja von sechs, Bottas von neun, also wenn es so ins Ziel geht, ist Hamilton siebenfacher Weltmeister. Und wem gönnt ihr den, wem gönnt ihr den Titel, Bottas oder Hamilton? Obwohl, natürlich, Bottas jetzt die Chancen sehr, sehr bedingt hat, aber trotzdem, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wem ihr so den Titel gönnt, Leute. Vielen Dank fürs zu gucken, es war ein kurzes Video, abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen rum, da meine schnellste Rennrunde, war eine 1,31,4, bin ich ein bisschen schneller wie die gestern im Rennen gefahren, ich bin sehr, sehr gespannt aufs Rennen, das beginnt ja, ist ja auch schon, hat schon begonnen, falls es natürlich nach Plan läuft, schaut euch TikTok vorbei, da kommen jeden Tag zwei Videos, mindestens online und, äh, abonniert diesen Channel hier gerne, Instagram ist auch unten verlinkt, vielen Dank fürs zu gucken, bis später dann und ciao.